Arena Audio präsentiert Die Menschen auf dem Bahnsteig waren schwer bepackt und die Gesichter zeigten jene satte Erschöpfung, die sich nach einem gelungenen Raubzug breitmacht. Samstag, Familieneinkaufstag. Franziskas Ausbeute bestand lediglich aus zwei Büchern, doch damit war sie restlos zufrieden. Die vertraute Frauenstimme kündigte das Einfahren des Zuges an. Türen glitten auf, die Menschen enterten die Wagen, als handel es sich um die Arche Noah und nicht um die S-Bahn. Mit einem Sitzplatz würde es wohl nichts werden, befürchtete Franziska, die ohne ihr Zutun vorangeschoben wurde. Hier ist noch Platz, hörte sie plötzlich eine Stimme. Jemand rempelte gegen ihren Rücken, sie verlor das Gleichgewicht und plumpste auf den freien Sitz. Hi, sagte Paul. Hi, sagte Franziska. Paul. Vor vier Wochen war er neu in ihre Klasse gekommen, in die 10b. Seitdem geisterte er durch ihre Tagträume. Nicht nur, weil er ohne jeden Zweifel gut aussah. Braune Locken, blaue Augen, athletische Figur. Das allein war es nicht. Auch Oliver sah gut aus, aber bei seinem Anblick bekam sie kein Herzklopfen. Paul dagegen, er wirkte erwachsener als die anderen Jungs in seinem Alter. Und wenn sie im Unterricht zu ihm hinsah, dann bemerkte sie zuweilen etwas Melancholisches in seinen Zügen. Eine leise verborgene Traurigkeit, die etwas in ihrem Inneren berührte. Doch Franziska war nicht die Einzige, die sich zu Paul hingezogen fühlte. Ihre Freundin Katrin schleuderte jedes Mal reflexartig ihr Blondhaar zurück und versandte schmachtende Blicke, wenn Paul in ihre Nähe kam. Und Silke, die mit Katrin um den Titel »Attraktivstes Mädchen des Jahrgangs« konkurrierte, drückte automatisch ihr Kreuz durch und reckte ihre C-Körbchen in die Landschaft. Aber sämtliche Verrenkungen dieser Art waren bisher erfolglos geblieben. Wenn Katrin jetzt an meiner Stelle säße, dachte Franziska, würde sie ihre Chance nutzen. Eine Unterhaltung, etwas Smalltalk, vielleicht sogar eine Verabredung. Franziska krallte nur die Hände um ihren kleinen Rucksack und heftete den Blick auf den Korb mit Lebensmitteln, den Paul auf dem Schoß hatte. Die Bahn fuhr los und mit jedem Meter empfand Franziska das Schweigen unerträglicher. Schließlich bemerkte sie »Du warst einkaufen«. »Sehr originell, Franziska, wirklich super.« »Ich will was kochen«, erklärte Paul. »Du kochst?« »Hat er doch gerade gesagt.« »Franziska, du redest nur wirres Zeug.« »Das finde ich toll«, sagte sie. »Mein Vater kocht auch ab und zu am Sonntag, aber er hinterlässt immer eine Riesensauerei in der Küche.« Paul antwortete nicht und sah aus dem Fenster. Franziska fiel ein, dass jemand erzählt hatte, Pauls Vater sei vor zwei Jahren gestorben. Hätte ich doch nur den Mund gehalten. Um beschäftigt zu wirken, nahm sie eines ihrer Bücher heraus. Sie hatte ja ohnehin lesen wollen. Allerdings würde sie sich in seiner Gegenwart wohl kaum konzentrieren können. »Was liest du da?« Franziska sah auf, ihr Blick begegnete seinem. Ein kleiner Elektroschock durchfuhr ihren Körper. Wortlos hob sie das Buch an. Er lächelte. »Camilleri, du magst Krimis?« Sie nickte. »Kennst du es?« »Ja.« »Ging es vielleicht noch einsilbiger?« »Wenn er nicht reden wollte, warum fragte er dann nach ihrem Buch?« Katrin hätte jetzt sicher die passende Bemerkung parat gehabt. Sie dagegen schwieg und spürte, wie sie rot wurde, während sie verlegen aus dem Fenster sah. Korn- und Rübenfelder zerflossen zu einem Mosaik in Gold und Grün. »Und was liest du so?« fragte Franziska, um die Unterhaltung nicht völlig einschlafen zu lassen. Wieder sah Paul stumm aus dem Fenster. Er schien da draußen etwas wirklich Interessantes zu sehen. Franziska wagte nicht, ihre Frage zu wiederholen. »Hesse«, sagte er nach über einer Minute. Ich lese zur Zeit viel von Hesse, Sedalta zuletzt. »Ah, meine Hesse-Phase hatte ich mit 13«, hörte sich Franziska antworten. »Was redete sie da schon wieder für einen Mist? Meine Hesse-Phase hatte ich mit 13. Er wird mich für eine altkluge, affektierte Tussi halten. »Mädchen sind eben mit allem etwas früher dran«, antwortete Paul ironisch. »Ich habe es nur gelesen, weil es daheim herumlag«, versuchte sich Franziska in Schadensbegrenzung. Es war nicht einmal gelogen. Franziskas Mutter arbeitete für die Literaturredaktion des NDR, weshalb zu Hause schon immer stapelweise Bücher herumgelegen hatten. Sobald sie lesen konnte, hatte Franziska wahllos alles an Literatur verschlungen, was ihr in die Finger kam. Bücher waren wie Drogen. Man konnte abtauchen aus der Wirklichkeit in eine andere Welt. »Aber ich befürchte, ich habe damals gar nichts verstanden«, setzte sie hinzu. Er nickte nur. Offensichtlich langweilte sie ihn. Franziska tat, als würde sie weiterlesen, aber ihr war klar, dass sie drauf und dran war, dieser einmalige Gelegenheit, Paul etwas näher zu kommen, ergebnislos verstreichen zu lassen. Schnell, ein anderes Thema musste her. »Wie gefällt es dir an der Schule?« »Ist okay.« »Und deiner Schwester? Sie geht in die Neunte, oder?« »Alexandra, ja. Die wird sich schon noch eingewöhnen. Mit dem Lernen tut sie sich eh leichter als ich.« Franziska hatte Paul in der Pause häufig zusammen mit einem großen, etwas ungelenkten Mädchen gesehen. »Wenn du mal Hilfe brauchst. In Mathe bin ich zwar auch nicht gerade eine Leuchte, aber sonst?« »Danke für das Angebot«, sagte er in einem Ton, der eine Annahme desselben kategorisch ausschloss. »Schon wieder ein Fehler«, dachte Franziska. »Nur noch fünf Minuten bis zu ihrer gemeinsamen Haltestelle. Los, Franziska, nutze deine Chance.« »Was machst du denn sonst so, außer lesen?« forschte sie in einem Anflug von Mut weiter. Tiere beobachten. »Was für Tiere?« »Alle möglichen.« »Ich setze mich mit dem Fernglas auf einen Hochsitz und warte, was da so passiert.« »Ich gehe auch oft in den Wald, mit dem Hund meiner Tante.« »Kannst du still sein?«, fragte Paul. Franziska wurde von einer heißen Welle der Schaum überspült. Sie hatte ihn also genervt mit ihrem krampfhaften Bemühen um eine Unterhaltung. Franziska konnte sich nicht erinnern, jemals eine so peinliche Situation wie diese erlebt zu haben. Peinlich und demütigend. »Tschuldige«, es war ein kaum hörbares Flüstern. Alles in ihr schrie nach Flucht. Sie war im Begriff, aufzustehen und sich einen anderen Platz zu suchen, als er sagte, »Wenn du willst, kannst du mal mitkommen auf einen Hochsitz. Aber da muss man still sein, sonst bekommt man nichts zu sehen.« Franziska schluckte. »Gern«, presste sie hervor. Wieder hielt die Bahn an. »Ich sag dir Bescheid.« Er stand auf. »Das ist noch nicht unsere Haltestelle«, bemerkte Franziska. »Ich muss noch was erledigen«, sagte er. »Bis dann.« Sie sah ihm nach, wie er auf den Bahnsteig sprang, den Rucksack schulterte und federnd die Treppen hinabstieg, wo ihn das Dunkel der Unterführung verschlang. Die Bahn fuhr an. Franziska lehnte sich zurück und schloss die Augen. Wenn das Glück tatsächlich nur aus einzelnen Augenblicken bestand, wie oft zu lesen war, dann war dieser zweifellos einer davon. Der Abend des heißen Sommertages war noch immer sehr warm. Und obwohl die Sonne schon tief stand und die Büsche lange Schatten auf den Feldweg warfen, würde es noch mindestens bis zehn Uhr hell bleiben. Bruno jagte durch die Kornfelder, immer entlang der Treckerfurchen. Anfangs war Franziska in Panik geraten, wenn der Hund zwischen den hohen Halmen gänzlich verschwand. Inzwischen wusste sie, dass er immer wieder herausfand. Sie brauchte nur die Hundepfeife zu benutzen, die Tante Lydia ihr mitgegeben hatte. Dann würde er irgendwo herausgeschossen kommen und sich an ihre Seite setzen. Ihr Onkel hatte den Hund sehr gut erzogen. Sogar eine Jagdtauglichkeitsprüfung hatte Bruno abgelegt. Aber inzwischen war Onkel Herbert weggezogen. Seine Ex-Frau Lydia, die Schwester von Franziskas Mutter, musste nach der Trennung wieder mehr arbeiten und war froh, dass sich Franziska um den Hund kümmerte. Das tat sie an den Wochentagen jeden Nachmittag, denn sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Bruno den Tag allein verbringen musste. Schon eine Woche war seit der gemeinsamen Bahnfahrt mit Paul vergangen. Er hatte seine Einladung auf den Hochsitz nicht konkretisiert. Ihn in der Schule anzusprechen, wagte sie nicht. Doch das Warten war quälend. Warum hatte sie ihn nicht nach einem Zeitpunkt gefragt, gleich eine Verabredung getroffen? Ich sag dir Bescheid. Ganz schön arrogant eigentlich. Jungen in ihrem Alter hatten Franziska bis jetzt nie interessiert. Ältere Jungen wiederum interessierten sich nicht für Franziska. Nur mit ihrem Klassenkameraden Oliver, der drei Hausnummern weiter wohnte, verband sie eine Freundschaft, die noch aus Sandkastenzeiten stammte. Er war gut in Mathe und half ihr ab und zu. Davon abgesehen, war auch er ein Kindskopf. Doch Paul war anders. Mit welchem Jungen konnte man sich schon über Hesse unterhalten? Zugegeben, mit den allermeisten Mädchen ihres Alters ging das auch nicht. Franziska wusste, dass sie eine Außenseiterin war. Du bist ein Bücherwurm, warf Katrin ihr oft vor. Katrin war hübsch, witzig, schlagfertig und beliebt. Eigenschaften, die Franziska fehlten und die sie an Katrin bewunderte. Sie selbst war meistens um eine gute Antwort verlegen und was ihr Aussehen anging, naja. Erst heute Morgen hatte Franziska vor dem Spiegel im Bad gestanden und versucht, sich durch fremde Augen zu betrachten. Ihr Haar war kinnlang und gerade geschnitten. Viel zu brav. Dann diese Farbe, dieses Mausbraun. Ob ihr ein Kastanienton stehen würde? Unsinn. Davon wird mein Gesicht auch nicht hübscher. Die Nase ist nun mal zu spitz, die Lippen sind zu schmal, die Augen katzenhaft schräg anstatt groß und rund wie bei Katrin. Grau-Grün stand in ihrem Pass. Mausbraun, Grau-Grün, langweilig und viel zu kleine Brüste. Franziskas Figur war schlank, aber muskulös, mit ausgeprägten Waden und kräftigen Schultern. Sie war Klassenbeste im Weitsprung und konnte einen Schlagball über 40 Meter weit werfen. Eigenschaften, die im Geschlechterkampf völlig nutzlos waren. Dafür bist du gebildet und kultiviert, hatte Katrin neulich zu ihr gesagt. Und zum ersten Mal war Franziska der Gedanke gekommen, dass Katrin sie, Franziska, beneiden könnte. Um ein Elternhaus, in dem es Bücher gab, ein Theaterabo und eine gewisse Konsequenzen der Erziehung. Katrins Eltern waren liebe, freundliche Menschen, die in ihrer Freizeit an ihrem Reihenhäuschen bastelten und sich von ihrer Tochter auf der Nase herumtanzen ließen. Bücher gab es bei den Punk-Haus nicht viele. Dafür besaß Katrin einen eigenen Fernseher und stets das coolste Handy. Gerne hätte sich Franziska mit ihrer Freundin beraten und sie gefragt, wie Pauls Verhalten zu verstehen sei und was sie tun sollte. Aber ausgerechnet in diesem speziellen Fall konnte Franziska nicht auf Katrins Hilfe zählen. Das sagte ihr der Instinkt. Am Dienstag in Kunst, hatte sich Katrin mit einer Pobacke auf Pauls Tisch gesetzt und irgendein fadenscheiniges Anliegen vorgetragen. Paul hatte die Einblicke, die das Spaghetti-Träger-T-Shirt bot, sehr wohl ausgekostet. Und die Tage danach hatte er sich auf dem Rückweg vom Pausenhof ins Klassenzimmer stets mit Katrin unterhalten. Würde Katrin ihre Annäherungsversuche einstellen, wenn Franziska sie über ihre Gefühle aufklären würde? Nein. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und dann waren da ja auch noch Silke, Ute, Anne-Marie. Es war aussichtslos. Von weiter hinten näherte sich ein Radfahrer. Franziska pfiff nach dem Hund. Es gefällt mir nicht, dass du stundenlang allein durch die Feldmark spazierst, nörgelte Franziskas Mutter in regelmäßigen Abständen. Aber ich habe doch Bruno dabei. Dieses Spielkalb, außerdem ist er bestechlich. Er sieht gefährlich aus, das reicht, pflegte Franziska die Bedenken ihrer Mutter zu zerstreuen. Bruno war ein Deutsch-Drahthaar-Rüde, von überaus freundlichem Wesen, sofern man ihm nicht in Gestalt einer Katze begegnete. Nein, die Spaziergänge mit Bruno würde sie sich nicht ausreden lassen. In diesem Punkt war Franziska stur. Und mit Bruno dicht an ihrer Seite fürchtete sie sich vor niemandem. Das Fahrrad kam näher. Sie hörte, wie es über die Schlaglöcher klapperte. Wo blieb der Hund? Im selben Augenblick sprang Bruno aus dem Kornfeld auf den Weg. Franziska griff nach seinem Halsband. Manchmal gönnte sich Bruno nämlich den kleinen Spaß und rannte Radfahrern ein paar Meter bellend hinterher, was bisher keiner von denen besonders lustig gefunden hatte. Radbremsen quietschten, Reifen knirschten auf dem Kies. Franziska fuhr erschrocken herum. Bruno wuffte. Da bist du ja, keuchte Paul. Er stand in einer Wolke goldenen Staubs. Alles in Ordnung, Bruno. Franziska ließ das Halsband los und Paul hielt dem Hund beiläufig seine Hand hin, ohne ihn darüber hinaus zu beachten. Bruno grüßte durch kurzes Schwanzwedeln und ging dann wieder seinen Interessen nach. Pauls Umgang mit Bruno gefiel Franziska. Sie mochte es nicht, wenn sich Leute auf ihn stürzten und ihn hätschelten. Franziska ging langsam weiter. Paul schob sein Rad neben ihr her. Er schnaufte. Deine Mutter hat mir gesagt, dass du hier draußen irgendwo spazieren gehst. Warst du bei uns zu Hause? Ich habe angerufen. Sie musste sich beherrschen, um nicht glückselig zu lächeln. Gehst du Tiere beobachten? Franziska deutete auf das Fernglas, das um seinen Hals baumelte. Ja. Willst du mitkommen? Gerne. Angenehm kühl umfing sie der grüne Dämmer des Waldes. Ein schmaler Pfad führte vom Fahrweg ins Dickicht. Paul stellte sein Fahrrad an einer Buche ab und ging den Trampelpfad voran. Der Hochsitz befand sich am Rand einer Lichtung. Franziska leinte Bruno am Fuß der Leiter an. Platz und Ruhe befahl sie und hoffte inständig, der Hund würde sich daran halten. Er winselte ein wenig, als sie hinter Paul die Leiter erklomm, aber schließlich sank seine Schnauze seufzend ins dürre Gras. Dann saßen sie auf der schmalen Bank. Ab und zu berührten sich ihre Jeans. In unregelmäßigen Abständen setzte Paul das Fernglas an die Augen, deutete dann in eine Richtung und gab es ihr. Meistens sah Franziska gar nichts, aber das war ihr egal. Sie konnte sich nicht erinnern, sich jemals so wohlgefühlt zu haben wie neben Paul auf der harten Holzbank. Zum Schweigen verurteilt, vom lästigen Zwang geistreicher Unterhaltung befreit, konnte sie seine Gegenwart unbeschwert genießen. Die Geräusche des Waldes bildeten einen Klangteppich, auf dem sie Seelicht dahin schwebte. Es war kühler geworden und die Schatten länger. Wie lange würde Paul da noch oben sitzen wollen? Würden ihre Eltern sich Sorgen machen, wenn sie nicht rechtzeitig zum Abendessen kommen würde? Verdammt, warum hatte sie ihr Handy nicht dabei? Darauf bestand ihre Mutter immer wieder, aber meistens vergaß Franziska das lästige Ding. Wenn Paul zu Hause angerufen hat, werden sie sich denken, dass ich mit ihm zusammen bin und sich keine Sorgen machen, beruhigte sie sich. Seine Schulter berührte die ihre. Franziska hielt den Atem an und bewegte sich nicht. Er neigte den Kopf, seine Haare kitzelten ihren Hals. Franziska fühlte, wie ein Beben durch ihren Körper ging. Gleich würde er sie küssen. Sie schielte auf sein Gesicht hinab. Eine Locke ringelte sich malerisch über die glatte Stirn. Seine Lippen waren leicht geöffnet. Er war eingeschlafen. Was jetzt? Sollte sie ihn wecken? Sie studierte sein Gesicht aus nächster Nähe. Die langen dunklen Wimpern über den zarten Lidern, die makellose helle Haut, die weich geschwungenen Lippen, darüber ein kaum sichtbarer Haarflaum, das männlich kantige Kinn. Wie ein gefallener Engel, dachte sie, und genierte sich sofort für diesen kitschigen Gedanken. Fast automatisch fuhr ihre rechte Hand durch sein Haar, das sich überraschend weich anfühlte und nach Laubroch. Plötzlich schlug er die Augen auf. Sein Blick flackerte sekundenlang orientierungslos, ehe er den Ehren auffing. Die Locken glitten ihr aus den Fingern, Paul setzte sich auf. Entschuldige, murmelte er, ich bin eingeschlafen. Macht nichts, sagte Franziska. Ihre Stimme klang rostig, als hätte sie sie lange Zeit nicht benutzt. Er nahm ihre Hand, die eben noch sein Haar gestreichelt hatte, und betrachtete sie interessiert. Dann neigte er den Kopf und platzierte einen federleichten Kuss auf ihren Handrücken. Wir müssen gehen, sagte er und ließ ihre Hand los. Auch auf dem Rückweg redeten sie nicht viel. Franziska spürte eine nie gekannte Vertrautheit. Nur eine Frage musste sie unbedingt loswerden. Kommst du nächstes Wochenende mit zum Blauen See? Was ist da? Das traditionelle Zeltwochenende der Oberstufe. Ab der zehnten darf man mitmachen. Klingt gut, sagte er. Ein Zelt habe ich. Franziskas Herz machte einen Hüpfer. Sie fragte sich, ob sie ihn zu sehr überrumpeln würde, wenn sie ihn noch zu sich nach Hause einlud. Aber kaum hatten sie die ersten Häuser erreicht, blieb er stehen und fragte, macht es dir was aus, allein nach Hause zu gehen? Ich bin schon spät dran. Nein, luk Franziska. Er strich Bruno über den Kopf, nickte Franziska zu, stieg auf sein Rat und fuhr eilig davon. Die folgenden Tage verbrachte Franziska unter Hochspannung. Sie sah sich und Paul aneinander geschmiegt am Feuer sitzen, im See schwimmen, gemeinsam in seinem Zelt aufwachen. Zweimal wurde sie von Frau Holze Stöcklein, der Deutschlehrerin, mit lästigen Fragen, die sie nicht mitbekommen hatte, aus ihren nicht wesentlich anders verhielt als vorher, beunruhigte Franziska nicht allzu sehr. Denn hin und wieder, ganz versteckt und unbemerkt von den anderen, sah er zu ihr hin oder lächelte ihr sogar zu. Dieses Lächeln, wie viel Verheißung darin lag. Sie begriff, Paul wollte nicht, dass man in der Schule etwas über sein Privatleben wusste. Das war in Ordnung. Auch Franziska fand es lächerlich, wenn Pärchen auf dem Schulhof Händchen haltend oder wild knutschend demonstrierten, dass sie miteinander gingen. Aber Kathrin fiel die Veränderung an ihrer Freundin auf. Was ist los? Hast du dich verknallt? Verknallt? Ja, das hatte sie wohl. Aber mit Kathrin konnte sie auf keinen Fall darüber reden. Wieso? Wer ist denn der Glückliche? Bohrte Kathrin weiter. Niemand, antwortete Franziska. Spätestens am blauen See würden Kathrin schon die Augen aufgehen. Das wäre früh genug. Die Nacht war klar und der Vollmond versilberte die Blätter der Bäume, zwischen denen sie die Zelte aufgeschlagen hatten. Franziska stocherte mit einem Stock in der Glut des Lagerfeuers. Außer ihr saß noch ein knappes Dutzend Schüler, die meisten aus ihrem Jahrgang um das Feuer. Der Rest hatte sich einzeln oder pärchenweise in die Zelte verkrümelt. Etlich Ältere waren vorhin in eine Disco gefahren. Willst den Schluck? Oliver setzte sich neben sie und reichte ihr eine Flasche. Der Inhalt schmeckte wie Limonade, nur eine Spur Alkohol konnte man wahrnehmen. Franziska leerte die kleine Flasche fast in einem Zug. Ihr gegenüber saß Robert aus der Elften, den Katrin seit kurzem als ihren Ex bezeichnete. Er hob feierlich die Hand und verkündete Ey Leute, ich sag euch was, Katrin ist voll die Schlampe, voll die geile Schlampe, ey. Das kannst du laut sagen, piepste Silke und schenkte Robert einen langen Blick aus ihren kajal umrandeten Augen. Franziska mochte weder Silke noch Robert sonderlich, aber ausnahmsweise war sie heute Abend ganz deren Meinung. Nicht heulen. Keiner ist es wert, dass man seinetwegen heult. Das sagte sie sich immer wieder wie ein Mantra. Nein, ich heule nicht. Sie merkte, wie der Alkohol wirkte. Die Gesichter der anderen zerrannen zu unscharfen Fratzen und wenn sie die Augen schloss, drehte sich die Welt wie ein Karussell. Es war ihr egal. Am liebsten wollte sie nach Hause, aber natürlich ging das jetzt nicht mitten in der Nacht. Im Aufstehen wunderte sie sich, wie wackelig ihre Beine waren. Dieses Limonadenzeugs, das sie seit Einbruch der Dämmerung trank, hatte es wirklich in sich. Auch Paul schien zu viel davon erwischt zu haben. Hätte er sich sonst schon um zehn mit den Worten Ich bin hinüber, ich leg mich Er hatte geholfen, die Heringe von Franziskas Zelt im Boden zu verankern, aber das hatte er auch bei anderen getan. Zusammen mit Katrin und Silke waren Franziska und Paul zum Kiosk gegangen, ein Eis essen. Silke hatte angeblich der Hitze wegen ihr T-Shirt nass gemacht und der ganze Campingplatz konnte sehen, dass sie darunter kein weiteres Textil trug. Katrin war für ihre Verhältnisse züchtig gekleidet, ließ jedoch ihre Zunge auf höchst ordinäre Art um ihr Waffeleis kreisen. Dabei sah sie Paul mit einem lasziven Blick an. Franziska schämte sich für die beiden. Du bist peinlich, sagte sie zu Katrin auf dem Rückweg. Katrin fixierte sie aus schmalen Augen. Was juckt dich das? Stehst wohl auf Paul, was? Aber ich sag dir was, der ist ein paar Überrascht von der Vehemenz, mit der Katrin auf sie losging, hatte Franziska die Kampfansage zur Kenntnis genommen. Freundinnen, das war von diesem Moment an Vergangenheit. Ich gehe schlafen, murmelte Franziska nun zu niemand Bestimmtem. Ich komme mit, verkündete Oliver grinsend. Das wüsste ich aber, sagte Franziska giftig. Was ist eigentlich mit dem traditionellen Nachtschwimmern? fragte Silke. Franziska war es egal, sie wollte nicht schwimmen. Sie wollte nur noch ihre Ruhe und schlafen. Sie war mehr als enttäuscht von diesem Wochenende. Im Grunde schien es nur darum zu gehen, wer mit wem schlief, und der Rest übte sich im Koma saufen. Vorsichtig setzte Franziska ihre Schritte um die Zeltschnüre. Um Pauls Zelt machte sie einen großen Bogen. Hatte Katrin etwa geglaubt, es würde niemand merken, wie sie sich kurz nach Pauls Verschwinden kommentarlos davonschlich und ihm in sein Zelt folgte? Aber vermutlich war ihr das völlig egal. Franziska ließ ihren Tränen nun freien Lauf. Jetzt sah es ja keiner mehr. Sie holte das Waschzeug aus ihrem Zelt und machte sich auf den Weg zu den Sanitäranlagen. Franziska fühlte Übelkeit aufsteigen und ging schneller. Durch den Tränenschleier glaubte sie Pauls Schwester Alexandra zu erkennen, die ihr mit einer Sporttasche unter dem Arm entgegen kam. Auch so ein Bruch der Regel. Alexandra ging schließlich erst in die Neunte. Was hatte sie hier zu suchen? Franziska gestattete sich ein boshaftes Lächeln bei der Vorstellung, wie Pauls Schwesterchen womöglich gleich in sein Zelt platzen würde. Überraschung, Überraschung! Das Mädchen war nun auf ihrer Höhe. Mit gesenktem Kopf, das Gesicht hinter einem strähnigen Haarvorhang verborgen, kam sie den Weg entlang. Hallo! Franziska hob die Hand zum Gruß, aber das Mädchen reagierte nicht. Es war auch gar nicht Alexandra und auch kein Mädchen, es war eine fremde erwachsene Frau. Gott, bin ich besoffen, registrierte Franziska. Hoffentlich schaffe ich es noch bis zu den Klos. Kurz darauf hing sie über einer der Toiletten und wirkte die Drinks und den Kummer der vergangenen Stunden aus sich heraus. Auf dem Rückweg fühlte sie sich schon besser. Zum Teufel mit Paul und mit Katrin sowieso. Franziska wusste nicht, wie lange sie auf ihrem Schlafsack gelegen hatte. Es war zu warm, um zugedeckt zu schlafen, als es draußen laut wurde. Autos hielten, Türen schlugen, Bässe wurden abgewürgt, Gelächter. Die sie erschrak, als eine Faust gegen ihre Zeltwand donnerte. Los, Franziska, Nachtschwimmen, rief Oliver. Warum eigentlich nicht? Das Leben geht weiter, dachte sie trotzig und schlüpfte in ihren Badeanzug. Eine Gruppe von dreißig oder vierzig Leuten machte sich auf den Weg ans Wasser. Psst, leise, ermahnten sie sich unter viel Gekicher und Gequietsche. Ihr fehlen die Ermahnungen ihrer Eltern ein. Und geh nicht schwimmen, wenn du was getrunken hast. Am besten wäre es, du würdest keinen Alkohol trinken, aber man weiß ja, wie es auf solchen Festen zugeht. Ganz vorn sah sie Katrin. Links Anne-Marie. Wo war Paul? Sie sah ihn nicht, das war ihr ganz recht. Sie wollte weder ihm noch Katrin begegnen und ließ sich ans Ende des Trupps zurückfallen. Oliver stolperte neben ihr her. Immer wieder trat er auf die Schnürsenkel seiner Sportschuhe. Sie würde auf ihn aufpassen müssen, damit er im Suff nicht unterging. Katrin erschauderte kurz, als das Wasser ihren Bauch berührte. Dann ließ sie sich hineingleiten. Nach ein paar kräftigen Schwimmzügen war es angenehm wie das kühle Wasser über ihre warme Haut strich. Ich bin zu müde zum schwimmen, hatte Paul behauptet. Er hatte sie ohnehin ziemlich gleichgültig behandelt. Dass ein sogenannter Liebesakt mit so wenig Gefühl verbunden sein konnte, war für die im Grunde romantisch veranlagte Katrin eine neue, ernüchternde Erfahrung. Sie kam sich benutzt vor. Selbst schuld gestand sie sich ein. Manchmal verstand sie nicht, was sie dazu trieb, sich den Typen geradezu an den Hals zu werfen. Sie brauchte diese kleinen Siege, denn Anerkennung bekam sie sonst nirgends. Katrin schrieb recht ordentliche Noten, aber das war ihren Eltern eher suspekt. Eine Tochter, deren Intellekt es rechtfertigte, dass sie 13 Jahre lang zur Schule ging und dann womöglich noch studieren wollte, stellte eine enorme Belastung für den Familienhaushalt dar. Die Punkhaus hätten es lieber gesehen, wenn ihre Tochter eine Lehre gemacht hätte. Katrin war bis zur Pubertät ein ruhiges Kind gewesen, das bemüht war nicht aufzufallen. Aber mit 13, 14 Jahren gab es auf einmal etwas, das sie vielen anderen voraus hatte. Sie war hübsch geworden. Plötzlich starrten Jungs und Männer ihr hinterher und die Mädchen bewunderten und beneideten sie. Ihr Aussehen war nun also ihr Kapital und so wie es Dagobert Duck bisweilen dazu drängte in seinem Geldspeicher zu baden, drängte es Katrin sich ihre Anziehungskraft bestätigen zu lassen. Paul war eine Eroberung der Extraklasse. Silke war jetzt sicher stinksauer und dann auch noch Franziska. Sonst nie was von Jungs wissen wollen, den ganzen Tag nur anspruchsvolle Bücher lesen und dann den dicksten Fisch im Teich angeln wollen. Jeden anderen hätte sie ihrer Freundin gegönnt, wirklich, aber nicht Paul, sagte sich Katrin, während sie immer weiter auf den dunklen See hinausschwamm. Sie erreichte die Boje und hielt sich kurz daran fest. Hier draußen war sie fast allein. Nur rechts von ihr schwamm ein Pärchen, aber die beiden bewegten sich im Bogen weg von ihr. Zu ihrer Linken dümpelte das kleine Ruderboot, das mit einem Seil an der Boje hing. Es war windstill und das Wasser fühlte sich samtweich an. Sie vernahm ein Plätschern hinter sich und aus dem Augenwinkel war ihr, als würde ein dunkler, unförmiger Schatten auf sie zugleiten. Aber im nächsten Augenblick war nichts mehr zu sehen. Nur ein paar Wellen schlugen an ihren Hals. Für einen Moment hatte sie gehofft, dass Paul doch noch gekommen war. Aber alles blieb ruhig. Sie musste sich getäuscht haben. Sie legte das Kinn auf ihre über der Boje verschränkten Arme und betrachtete das Mondlicht auf dem Wasser. Als würde man in purem Silber baden. Die Stimmen und das Lachen der anderen schalten über den See. Hier kommt Nessi und holt sich eine baden Nixe hörte sie Roberts heisere Stimme und gleich darauf ertönte ein hysterisches Kreischen das im Gekicher überging. Bestimmt Silke. Vorhin auf dem Weg zum See hatte Katrin sie gefragt, ob sie auch noch ein paar abgelegte Klamotten von ihr haben wollte als Zugabe. Silke hatte sie nur böse angefunkelt. Beim Gedanken daran musste Katrin grinsen. Sie ließ die Boje los, streckte ihren Körper und ließ sich auf dem Rücken treiben. Ihr Kopf war fast vollständig unter Wasser getaucht, nur Nase und Augen schauten noch heraus. Jetzt sah sie nur noch die Sterne und den Mond. Den Schatten, der sich in ihre Richtung bewegte, sah sie nicht.